So, hallo und herzlich willkommen bei Project Tech. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Google Drive Cloud mit eurer Next Cloud verbinden könnt. Vorteil daran, alle Dateien, die ihr über die Next Cloud in die Google Drive Cloud bringt, werden verschlüsselt abgelegt. Also Google, die Datenkrake, sieht quasi nicht, was ihr in der Cloud von Google selbst ablegt. Vorteil an der Sache, 15 GB extra Speicherplatz, vielleicht wollt ihr ja externe Downloads anbieten oder, oder, oder. Das könnt ihr dann alles über das Google Drive erledigen und habt schönes, übersichtliches Management komplett in der Next Cloud. Als allererstes geht ihr auf Google und zwar auf Google Drive. So, jetzt habe ich mich etwas verschrieben und versprochen. Einmal auf Google Drive, zu Google Drive gehen und hier mit eurem Google Drive Account einloggen. So, wenn es dann so aussieht, dann habt ihr im Prinzip die Google Drive Cloud eingerichtet. Jetzt können wir uns daran machen, die zu verbinden. Ihr loggt in eure Next Cloud ein und zwar mit dem Admin User. Jetzt klickt ihr oben auf Datei und auf Apps. Wenn ihr jetzt unter dem Reiter aktiviert seid, könnt ihr die Liste mal durchsuchen und wenn ihr die App External Storage Support seht, sollte die aktiviert sein. Die ist aktiviert, wenn man Deaktivieren anklicken kann. Falls nicht, einfach unter Nicht deaktiviert raussuchen und die entsprechende Applikation aktivieren. Dann auf Administration. Jetzt auf der linken Seite auf Extern Speicher klicken. Und hier unter dem Menü können wir jetzt die Google Drive Cloud hinzufügen. Dann einmal auf Speicher hinzufügen. Und hier sehen wir schon relativ viel. WebDAV, SFTP, OpenStack, Next Cloud, Lokal, Google Drive, FTP, Dropbox, Amazon, S3 Cloud. Kannte man alles vernetzen mit der Cloud und hätte quasi ein zentrales Management. Jetzt nehmen wir mal das Google Drive. Autifizierung OAuth 2 ist soweit okay. Und jetzt brauchen wir die Client ID und eine geheime Zeichenkette. So, und die müssen wir uns jetzt erst erstellen und zwar über die Google API Konsole. Hierzu klicken wir auf das kleine Zahnrädchen rechts von Google Drive. Und jetzt kommen wir in die API Konsole. Hier bitte einmal sicher gehen, oben links einmal auf euren Benutzer klicken. Das ist auch der gleiche Benutzer, wie der Google Drive Benutzer ist. So, dann klickt ihr oben rechts neben Google APIs erst mal auf Projekt erstellen. Und dann erstellt ihr euer Projekt. Ich nenne es jetzt einfach mal Next Cloud. So, erstellen. Das dauert jetzt kurz, also hier oben rechts rödelt das Ganze schon. So, und jetzt müssen wir für das Projekt die Drive API aktivieren. Die findet ihr unter Google Apps APIs. Dann einfach mal auf die Drive API und die ganze API aktivieren. So, jetzt steht hier schon, es sind möglicherweise Anmeldedaten erforderlich, um diese API zu verwenden. Klicken Sie auf Anmeldedaten erstellen, um zu beginnen. Wir klicken jetzt hier unten auf Zugangsdaten und dann auf Anmeldedaten erstellen. Dann klicken wir hier auf OAuth Client ID. Dann kriegen wir hier schon wieder was gesagt. Um eine OAuth Client ID zu erstellen, geben Sie zunächst auf dem Zustimmungsbildschirm einen Produktnamen an. Zustimmungsbildschirm konfigurieren. Produktname. Könnt ihr eigentlich frei wählen. So, und dann nehmt ihr hier Web-Anwendung. Name ist jetzt egal, was ihr reinschreibt. So. Unter autorisierte JavaScript-Quellen müsst ihr jetzt die URL von eurer Cloud angeben. Und einmal mit Enter quittieren. Autorisierte Weiterleitungs-URLs. Hier müsst ihr jetzt drei spezielle URLs eingeben. Und zwar die hier. So, und ptcloud.de ersetzt ihr natürlich immer mit eurer Cloud. Wenn ihr keine Verschlüsselung betreibt, müsst ihr natürlich das S hier wegziehen. Wenn ihr alles eingefügt habt, einmal unten auf erstellen klicken. So, und dann bekommt ihr hier jetzt schon diese Client ID von Google angezeigt. Und den geheimen Schlüssel. Den kopiert ihr euch jetzt raus. So, ich kopiere das immer raus auf ein externes Dokument. Und zwar aus dem Grund, weil Google vorne und hinten immer Leerzeichen einfügt. Dann kopieren wir das Ganze. Legen eine Google Drive an. Ich nenne das Ganze mal Google. Dann die Client ID. Und dann das Passwort eingeben. Dann auf Zugriff gestatten. So, jetzt frägt Google nochmal nach. Nextcloud möchte Daten von Google Drive anzeigen und verwalten. Das Ganze zulassen. Wir kommen wieder ins Admin Panel zurück. Und wenn alles glatt gelaufen ist, kriegen wir ein ziemlich grünes, positives Feedback. So, jetzt können wir hier unten noch einstellen, welche Benutzer oder welche Benutzergruppen alles Zugriff auf das Google Drive haben sollen. Also ich habe eine extra Gruppe für meine Moderatoren. Dann sage ich mal, die ganzen Moderatoren und der Administratorgruppe darf darauf zugreifen. Auf dem hinteren Zahnrad, erweiterte Einstellungen. Sollte hier Verschlüsselung aktiviert sein. Vorschau kann man natürlich auch aktivieren. Freigaben. Ja, Freigeben. Ne, Quatsch. Freigaben kann man auch einschalten. Also, dass man von dort halt quasi Download-Links generieren kann. Oder die Kompatibilität mit Mac-NFD-Codierung. Das ist aber nicht zu empfehlen. Ist langsam und ist wirklich langsam. So, auf Änderungen prüfen. Einmal bei jedem Direktzugriff. Sprich, wenn man zugreift, sucht das Ganze nach Änderungen. Wenn ich jetzt auf Dateien klicke, habe ich hier schon mit so einem kleinen externen Symbol diesen Google-Ordner. Also, unter externer Speicher ist jetzt dieser Google-Ordner zu sehen. Wenn ich jetzt mal umlogge, Also hier der Benutzer, der in der Moderator-Gruppe ist, hat unter externen Speicher auch diesen Google-Ordner. Und jetzt kommt der geschlagene Vorteil. So, wenn ich mir jetzt nämlich hier ein neues Text-Dokument anlege, schreibe ich jetzt einfach mal rein, Das ist ein Test. So. Und wenn ich das ganze Dokument jetzt hochlade, Das dauert jetzt kurz. So, alles hochgeladen. Dann ist es hier sichtbar. Wenn ich es öffne, Steht auch drin, das ist ein Test. So wie hochgeladen. Wenn ich jetzt in die Google-Cloud gehe, Habe ich auch das Text-Dokument hier, Weil es ja im Google-Drive gespeichert wird. Allerdings, Wenn ich es mir jetzt von hier runterlade, So, sieht man hier schon, Ist es eine Part-Datei. Öffnen mit. Jetzt mal mit dem Editor öffnen, Sehen wir hier, Alles schön verschlüsselt. Das heißt, Wir haben unsere Daten jetzt extern auf Google-Drive. Können alles über die Nextcloud managen. Und wir haben einen Verschlüsselungsschutz drin. So. Das war's. Das war's.